Wir befinden uns hier in Markhausen, das liegt im Landkreis Kloppenburg. Wir bewirtschaften hier einen Betrieb mit Kälberaufzucht und Bullenmast. Ein weiteres Standbein ist die Sauenhaltung im geschlossenen System. Das heißt, dass alle Ferkel, die bei uns geboren werden, auch bis zur Schlachtung gehalten werden. Hier stehen 250 Bullen in einem Stall auf Vollspaltenboden mit Gummimattenauflage. Gefüttert werden diese Bullen mit einer TMR aus Grassilage, Mais und Mineralfutter. Wir haben uns 2018 dazu entschieden, die Bullenmast zu erweitern durch einen Neubau. Dieser Neubau ist so konzipiert, dass wir wesentlich mehr Licht- und Luftvolumen haben. Außerdem haben wir eine Zwei-Flächen-Bucht eingebaut. Das bedeutet, die Bucht ist eine Vollspaltenbodenbucht, die zu 60 Prozent mit der Easy-Fix-Gummimatte ausgelegt ist. Diese extrem weiche Gummimatte ist für das Tier wohl natürlich besonders gut, weil die Tiere länger liegen. Diese Gummimatte ist mit einem Profil versehen, das natürlich den Vorteil hat, dass die Bullen beim Aufstehen nicht ausrutschen und die besonders rutschfest ist. Die Easy-Fix-Matte ist so konzipiert, dass durch eine leichte Wölbung Kot und Hahn sehr gut abfließen kann. Somit die Tiere auch immer trocken liegen und dadurch auch natürlich sauberer sind. Ein weiterer Vorteil der Gummimatte ist, dass sie sehr gut verbaut ist und es zu keinerlei Lösungen der Gummimatte kommt. Sie sind sehr gut an dem Spaltenboden fixiert. Und man sieht es natürlich auch, das zusätzliche Tierwohl spiegelt sich in den besseren Tageszunahmen und den besseren Gesundheitsstatus der Tiere wider. Ich kann jedem empfehlen, die Easy-Fix-Gummimatte einzubauen. Es kommt dem Tierwohl zugute, die Tiere sind ruhig und sehr gut zufrieden und ich habe meine Entscheidung nie bereut. ZEF 10. Jetzt noch immer mehr auf einen Titel in unserenclaven Filmm Dodgem Fire. Dann gehen Sie sich aus einem Werder, der bereit ist, weil checken Sie seineantine Felicitàmen. Schmerzen wir die durch dividen.